So, Neurone-Loi mit Kati. Hallo. Und spielt Twitch. Können wir jetzt ja gar nicht mehr reden. Boah, was ist denn jetzt? Boah, ich hab grad irgendwie... Wie wird es schlimme Lags? Okay, es geht wieder. Halbwegs, ja, es geht wieder. Alles okay. Ja, da bin ich mal gespannt unten, ne, auf Syrah und EZ. Syrah war ja immer bis jetzt böse, ne, wenn wir die off the lane hatten. Das hat ja nie wirklich Spaß gemacht. Okay. What? I always caught, I'm pro? Ja, als er die Ex hochgeworfen hat. Er war richtig witzig, ich mag ihn jetzt schon. Weißt du, einfach Leute, die humorvoll sind, sind mir einfach von vornherein. Ja, aber das heißt nix, weißt du ja. Das kann jetzt sein, dass er Minute drei schon wieder anfängt rumzuflame. Na. Na, doch. Genauso wie die Leute, die am Anfang... Uns nicht. Genauso wie die Leute, die am Anfang immer GLHF im Old Chat schreiben und dann zehn Minuten später sind sie nur noch am flamen. Boah, das fällt mir auf. Ich hab mir noch... Hm. Bist du noch da? Ja, ne? Ja, ja, ich bin jetzt noch gerade... Ich hab was vergessen. Gut, nicht weil die Kart... äh, nicht weil die Zyra jetzt gleich kommt und dann... Ja, die ist da im... Ja, ja. Räuchte reinworden? Kann ich ruhig? Ich kann auch so machen. Ne, das stand hier gar nicht. Oh, die nimmt ja auch ein bisschen Schaden. Achso, die Klaze macht mir einfach mal irgendwie 50 Damage pro Hit. Ja, cool. Ich geh mal kurz worden, denk ich. Oh, für das. Da ist der Dings, da ist der Dings. Darius. Der aber irgendwie nicht so optimal gegangt hat. Ja, ich dachte, er ist der Flasht jetzt. Dann wär ich auch geflasht. Definitiv. Ja, du kleiner Flasher. Quattin. Ja, der kommt gleich bestimmt wieder zurück, oder? Boah, die scheiß Pflanze. Der hat jetzt auch eine Pflanze, ne? Diese scheiß dumme Pflanze. Ah, cool, der Olaf ist gestorben. Natürlich nicht so cool. Ich bin da total nicht gewöhnt. Normalerweise haben wir jetzt schon... Mit Level 3 hätten wir schon normalerweise immer mit Twitch und Kill. Aber wenn ich Twitch spiele, ey, dann sind die Gegner irgendwie immer... Ich hab aber auch irgendwie Mana-Probleme. Ich weiß nicht, ob ich... Ich hab aber die Ruhe, mit denen ich die letzten Tage immer gespielt habe. Weißt du, seit dem Dulu-Game, aber ich hab die einmal umgestellt und hab die zurückgestellt. Ja, 5 Gold. Pflanzen geben Gold, ey, das ist geil. Jetzt hätte er 2 Lars jetzt mehr oder 3. Die haben den Darius im Jungle, ey. Oh, der ist doch, bitte. Ja, der ist doch grad schon da, der Darius. Ja, ich mein, äh... Dass das auch schon geht. Ich mein, ich eher so, weißt du? Ja, das seh ich aber nicht das erste Mal. Nö? Nö. Oh, ich seh's. Ich will sie wiederkommen, haha. Hier ist die Ward gerade ausgelaufen. Hier, du nimmst die. Ja, schade. Boah. Macht einfach bitteren Damage, Alter, echt. Also, allein die Zyra hat mir über fast 300 Damage gemacht. Dann die Vasallen nochmal 80. Ja, die können wir auch noch. Ja, die hätte mich so oder so, hätte die mich mit ihrem Queue, äh, mit ihrem Passiven weggefistet. Das ist ja das Lustige an Zyra. Du bist dann einfach mit dem Passiven von der weggerotzt. Aber ich glaub trotzdem, wir können das hier schaffen. Und ich bin sogar dem Entangle, glaub ich, ausgewiesen. Ich weiß nicht ganz. Ja, das Exhaust hat mich gekillt. Wenn die keinen Exhaust gehabt hätte, hätte ich die vorher schon mit Entgiften umgebracht. Aber dann, wenn du einen Exhaust hast, macht man Entgiften einfach mal überhaupt kein Damage mehr. Aber das heißt ja nichts. Ich glaub, die haben schon 1,4. Cool. Seh ich grad mal. Unsere anderen Teemates sind alle schon gestorben. Teemates sind 2,0. Das ist natürlich nicht so cool. Da kommt die Zyra über dir, ne? Naja. Das hat einfach so eine krasse Range, echt. Also das ist einfach nur richtig hart OP, äh. Also das hat nicht nur eine krasse, weite Range, sondern auch eine übelst breite Animationsrange, äh. Ach so, sie sind unsichtbar. Naja. Wird eigentlich, ich, äh, weh hinschmeißen. Boah, die macht einen Damage, ne? Boah, nervt doch nicht so. Die hat auch einschmeißen, irgendwie kaum Cooldowns, auf ihren ganzen Spells. Ja, ich müsste eigentlich back. Ja, dann geh doch back. Ja, ich geh erst, wenn du gehst. Ja, ich gehe jetzt. das thema geht schon enrage oder hat kann ich aber wenigstens mal gegen die üben in tangle wenn er das ausweichen kannst du gut drauf was erinnern macht er dir nicht mehr viel hier tut du ihn tut du ihn noch komm schon ja nicht mit mir freundschirm nicht mit mir nice gehen wir jetzt weg ja ja wir gehen jetzt weg aber immerhin reagierst du einfach das ist so schön was du reagierst einfach wenn ich das mache das ist so schön ja dafür spielt man ja zusammen auf der lane oder ich weiß das machen viele nicht aber normalerweise sollte das eigentlich ja machen andere supports alles was ich mache deswegen sag ich ja andere wie gesagt wenn ich supports auf der lane habe es sei denn es ist der dennis der dennis macht das auch selber aber andere supports die bleiben halt einfach nur passiv mit solchen helden wie tarik und supporten halt einfach nur machen halt überhaupt keinen druck mit helden wie tarik kannst du einfach druck machen weil er einfach auch richtig der mensch macht und erst dann ist einfach bitter deswegen bin ich da immer tarik habe ich immer gerne auf der lane genauso wie ein blitzprank ja aber blitzprank macht das dauerlich viel spaß dann kann man mal einen tag spielen oder so aber dann hat man auch keinen bock mehr also mal vielleicht zwei drei gegen eine lulu eigentlich ne aber du hast ja gesehen ja lulu ist einfach gegen solche helden behindert das stimmt einfach gegen zyra weiß ich nicht ob die gegen zyra vielleicht besser wäre aber gegen grundsätzlich gegen jeden held der stunnen kann finde ich gegen eine sona ist die noch ganz gut aber da kannst du ich finde sogar eine jana kannst du da echt besser spielen weil eine jana ist auch richtig bock die macht übelste laune ja jana mag ich auch gerne ja natürlich ja gut gemacht echt ich dachte ich bin zwar bitte ich werde die noch aber nein ich hätte einfach weggenommen und sich in der leite killen lassen sollen naja ist doch kein problem du musst auch nicht sorry sagen wenn ich sterbe es war meine dummheit ich bin weggeflasht ich war weg und ich bin wieder reingerannt einfach wie so ein vollpfosten ich hätte ich habe mich inwes gemacht weil ich einfach auf kurons gewartet habe absolut kein problem ich bin auch nur hingerannt weil ich dich noch retten wollte quasi aber ja ich habe alles geliebe ist der flash und hier und bin dann wer hätte mich die erste ulti getroffen wäre ich auf jeden fall nicht mehr reingegangen so viel schon mal da ist der ding vorsicht ja so blöde bin ich ja auch da ist ne ich glaube einfach an dir vorbei genau aber die leute ne echt also die rechnen auch echt mit der dümmsten mit dem dümmsten gegner auf der lane oder das ist ja genauso wie wenn ich ja aber mir auch trifft man eine ja natürlich aber ich sag mal eine blitzcrank ey das ist auch immer dasselbe du stellst dich halt offen hin und du weißt ganz genau der greift dann gehst du einen schritt nach links und dann trifft er nicht schon wieder 140 mana für den arsch und und weiß nicht 15 bis 18 sekunden cooldown im arsch ey oder dann genau und die auf jeden fall ein bisschen vorsichtiger spielen die kannst du kaum ausweichen den scheiß echt wenn wir enthängen das geht langsam ein paar mal gemacht hast du weißt du auch wie der fliegt dann da hätte er mich getroffen der enthängen wenn die wieder auf mich drauf doch das ding auf rufen boah alter boah ich bin jetzt ein bisschen hochgeschissen ey ich gebe kathie ist ok mhm oder willst du noch hierbleiben ich will noch töten ja warte naja der weiß dat der weiß dat ich glaube ich werde dir auch ein bisschen erschrocken ob ich hinter ihm aus dem busch rauskomme ja kann auch sein kriegst du nochmals na na ich geh weg sorry ja kein problem was hat das zu klasse sonst boah ich sag das schon aus reflex ey kann das mal ey ich merke das schon selber ey das ist irgendwie schon wie ein standardwort bei mir ey ne nur jetzt gerade du bist vielleicht müde müde ne und die Gleich möchtest du lieber rendern, als mit mir zu spielen. Wer redet denn von möchten? Ja, man hat auch immer eine freie Wahl. Okay. Also ich bin nur 1,5. Ja. Aber unsere Teammates sind auch teilweise 0,3. Also das sieht schon wieder so aus, als wenn wir das Game hier reißen müssen. Hier das Ding da. Nein, du kleiner Kilo. Nein, ich wurde hochgeschleudert. Ja, ist auch okay. Ich sag mal, ich dich mit dem Dötzaktion. Ja, das ist mir klar. Das wäre auch nur hart. Ich habe immerhin einen Kill gemacht. Ja, da unten läuft gut. Wie immer, wenn ich Twitch spiele irgendwie. Twitch ist so eine echte... Weiß nicht. Auch wenn wir nicht mal unbedingt so supergeil spielen immer, aber... Wobei das jetzt eigentlich gut war. Schon wieder mal. Ja, loben wir uns ruhig selbst. Ja, aber muss man ja mal sagen, oder? Klar, das war. Wemo Akku. Habe ich mit anderen Carries, habe ich immer da Pech. Sie ist ja mit Canon, ey. Da habe ich dann immer da Pech, dass ich einfach mal so schade, scheiß schwere Games habe. Wobei auch Twitch ist auch, kannst du auch nicht vergleichen mit Canon, ey. Macht halt auch im Early Game viel mehr Damage. Hallo, oder? Lol. Einfach Flash und Blink. Saves your ass. Ich habe uns mal abgerordet. Hey, du. Boah, wie viel Damage du einfach reinhaust. Echt, das ist so derbe. Ja, das mache ich doch immer. Ja, ich weiß, aber... Da komme ich nicht drauf klar. Wenn ich mehr Mana, könnte ich auch noch viel mehr machen. Wenn der keine Halt reinkommt, dann wäre das viel besser. Hey. Hör mal auf, meine D-Carry zu hitten hier. Ich muss auf irgendwas draufhauen. Ich brauche Mana. Geh mir lieber Back. Na ja, ich gehe Back, na ja. Drachen vielleicht? Ne, ne. Ich habe Lowlife und ich will mir erst mal einen Black Creaver holen. Oder hole ich mir Black Creaver? Ja, doch. Black Creaver ist cool. Ich freue mich schon echt auf die neuen Items, die kommen, ey. Und auf den neuen Held, ey. Neuer Support-Held. Den wirst du ständig neben dir haben. Ja, der ist richtig cool. Du darfst ihn aber nicht selber spielen. Ne, ich spiele noch nicht selber. Gut. Ich spiele keine Supports. Ich habe gemerkt, das kann ich nicht. Weil ich bin jemand, der muss einfach die Leute umbringen. Ich weiß nicht. Hört sich jetzt ein bisschen sadistisch an, aber... Ja, und ich muss Leute retten. Aber es ist einfach so. Ich weiß nicht. Ich habe schon so oft... Ich rede mich dann immer nur auf, wenn ich dann so unfähige Leute neben mir habe, die einfach... Ich supporte die eigentlich ganz gut. Ist auch nicht perfekt, aber ziemlich gut eigentlich. Und dann machen die halt nichts damit. Weil die halt, wie du schon sagst, wenn ich als Support dann mal reinspringe und go mache, kommen die halt nicht mit. Dann stehen die halt hinten und denken sich, höh, wo ist der Support? Und gerade als Tarek ist es halt einfach... Also als Tarek engagiert man einfach selber und nicht der AD-Carry. Und wenn man den richtigen Moment sieht zum Stunnen, dann nutzt man ihn. Und dann muss der Schaden halt direkt folgen. Also noch kurz warten können, bis ich auch da bin. Die auch. Aber ohne, dass ich Assist bekommen kann, ne? Ja, sorry. Ja, weiß ich nicht, ob ich das einfach so mit sorry wieder mitzahlen lasse. Ja, ist klar. Ah, ist einfach so bitter. Willst du schon wieder backen? Ja, ich muss backen, man. Ist einfach so bitter, wenn du Black Cleaver hast mit einem EZ-Event mit einem Twitch. Echt. Weil der einfach die Entgiftung einfach normalen Schaden macht. Und wenn du dann Amor weghaußt von den Gegnern, macht er einfach mit der Entgiftung viel mehr Damage. Ist einfach richtig Lähm. Wenn ich mir denke, ey, unser Team ist eigentlich gar nicht mal so episch, ne? Ist eigentlich nur die Bottle entweder mal, ne? Die hier mit 8.1 und 0.1.6 hier rumhängt. Vielleicht haben wir heute auch ein bisschen zu viel geworden. Wir sind voll eingenommen von uns selbst. Ja. Wir sind von uns selbst überzeugt. Ja, musste ja auch mal wieder sein, ne? Wir hatten ja auch eine Pechsträhne. Ein, zwei Tage lang. Ja. War ja wohl bitter. Hm, kommst du vielleicht und hilfst mir? Oder musst du dich hier flashen? Ich komm. Sehr schön. Die Zyra, die hab ich echt mit 4 Hits oder was? Hab ich die umgebracht. Ich hab nicht mal Entgiften gemacht, ey. Ich bin ja extra für ein EZ aufgespart, weil ich gesehen hab, der kommt. Werden wir euch aufgeben. Ja, denk ich auch. Wenn die sehen, dass ich gefeatet bin auf jeden Fall. Wobei der Temo, der wird wahrscheinlich nicht aufgeben. Ah, die anderen aus dem Team vielleicht. Achso, stimmt. Der Rest des Spiels läuft ja gar nicht so eindeutig wie bei uns. Ne, deswegen ja. Jetzt hab ich kein Mana mehr. Oh, süß. Oh, da ist. Ja, lassen wir die Back, oder? Hinter uns ist die Zyra. Ich kann dir da nicht helfen. Kannst du dich auch nicht bemachen? Nein, ne? Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du. Ja. Ich bin echt noch weggekommen, ey. Ich hab auch erst gedacht, ich sterb vielleicht. Ui! Ui! Die Ezreal Ulti, Mann. Die hat mich fast gefistet. Cool, jetzt hab ich einen Moment. Soll, was denn jetzt? Soll, was denn jetzt? Achso, scheiße. Unser Team kackt ein bisschen ab. Die machen, Drake. Ich komm auch. I'm on my way. Sorry. Oh, ich wollte gerade flashen und stunnen. Ne, die Wurl kommt zurück. Ich töte sie jetzt. Danke, Leute, für mich rauspulst, Syrah. Herr Syndra. Ist ja nett. Ich bin so künftig. Er soll unten abreißen. Ne, Syrah abreißen. Syndra-Mensch. Ich will auch ein Assist. Cool. Das hab ich natürlich absolut nicht gemacht, ist klar, ne? Unten ist warm. Ja, ich geh runter. Ich komm mit. Ich bin, wo du bist. Das ist aber nett. Wenn du mich auf Schritt und Tritt verfolgst. Ja, jemand hat mir da beigebracht. Ja, hat jemand dir da beigebracht? Wer war das denn? Soll dann ein schlauer Mann gewesen sein. Ich weiß nicht. Ein Rager war das. Ein Rager? Mhm. Ach so. Ich weiß nicht. Ich kenn keinen Rager. Hab ich nicht so viel mit am Hut mit den Leuten. Ich rage grundsätzlich nie. Bin er so der gelassene Typ. Oh, ich weiß. Weiß ich doch alles. Ja. Kommt, liebe Feinde. Kommt und spielt mit uns. Sagt er, die geben er nicht auf. Vielleicht schaffen wir ja hier noch ein paar, einige, paar Kills. Mein Gott. Ich weiß, was du sagen wolltest. Ja, irgendwie fallen mir hier gerade die Worte weg, ey. Komm, es ist ein... Die kommen wahrscheinlich alle runter. Ja. Oh, EZ. Nee, Darius. Oh, und Syrah. Komm, wollen wir uns umdrehen und die kennen? Weiß ich nicht. Ja, jetzt bin ich eh schon drin. Ich könnte aber auch noch flashen. Ich hab nicht... What the fuck hab ich die zerfistet, Alter. Ach du Scheiße nochmal. Wo ist denn unser Team? Übelst krass, oder? Ich hab die einfach mal alleine getötet. Heftig, ne? Einfach mit Ulti und rein. Richtig krass, ey. Da kann man mal sehen, wie viel Damage man einfach machen kann, wenn man getötet ist und Twitch ist. Das war auch knapp, dass ich die Syrah nicht noch gekillt hab. Äh, warum sag ich immer Syrah? Äh, Syrah. Mein Gott, jetzt sag ich Syrah. Scheiße, ey. Boah, das hat behindert, ey. Wenn zwei so Helden einfach komplett gleich heißen, fast. Ja, und die auch genau nacheinander gekommen sind und so. Ja, dass die nacheinander gekommen sind, keine Ahnung. Also nicht. Achte da nicht drauf, wenn die kommen. Die sind doch auch Schwestern wohl, nicht? Pff, keine Ahnung. Nur weil's Frauen sind und ähnlichen Namen haben? Nein, ich dachte, das hätten wir irgendwie erklärt. Also ich weiß nur, dass Talon und Zed irgendwie miteinander zu tun haben. Irgendwie Vater von... Das ist der Vater von Talon, der Zed oder irgendwie sowas. Ach, was weiß ich, weiß der Geier. Und Shen, Akadi und Ken waren alle auf einer Schule, das weiß ich auch. Also in irgendeiner Ausbildung ist er denkt, ja. Ja, gut, das ist klar, weil das alles, die du da sind, ja. Das kann man sich an einem eigentlich, äh, ja, zusammenreimen. Temo, wo bist du? Ach, der Temos. Und wo ist denn meine D-Carry vor allen Dingen? Ich bin hier oben, push hier oben durch. Ah, okay, dann. Oh, ein Darius. Ich glaube, ich komme lieber mal zu meiner D-Carry. Oh, der hat schon Rüstung gebaut. Oh, der hat nur Rüstung gebaut, scheiße. Ich habe die Zürcher hier getroffen. Ach, die wollen mich alle töten, ja cool, hi. Hi all. Schön. Oh, noch mehr Pilze, ey. Scheiße. Boah, Alter, hab ich die gefistet, ey. Nein, ich wusste, dass mich das Ding killt, aber ich hatte keine Chance, mich zu bewegen. Ich wurde da voll hin und her geschüttet. Aber kriegt einfach mal, Syrah, ja, Syrah, kriegt einfach mal einen Triple. Lol, der holt sich den auch noch. Ja, die ist halt, ähm, ihre Pflanze hat mich halt gekehlt, ne? Ja, die Passive ist echt böse. Böse, böse. Ja, ich habe jetzt, passt jetzt auch nicht mehr so krass auf, muss ich auch dazugehen. Also, ich finde, das hätte auch gerade ein bisschen passiver spielen können, wenn ich auch überlebt. Ja, aber ich glaube, in dem Game, da ist das egal. Da kann ich mal lieber ein bisschen mehr Action bringen, hier rein ins Game. Einfach mal Kackenreiß-Aktionen machen. Ja, mehrere Triple-Kills, aber dann leider noch kein Quadra, ne? Oder Penta-Kill-Ma, ne? Ich hätte es sogar noch machen können, wenn... Ja, ich hatte schon ewig keinen mehr. Das ist echt schon bestimmt, weiß nicht, 100 Games her. Nicht so, ein bisschen weniger, vielleicht 80 Games, vielleicht. Ich glaube, mit Nidsamen hattest du auch noch keinen. Ne. Also, ich hatte mit einem Game auf Twitch drei, vierfache, aber... Ja, Portraki hat es mehr Frage. Penta... Ja, die sind dann halt immer... Entweder wird einer gestealt oder einer ist weg. Das hier liegt jetzt nicht daran, dass man kein Damage macht oder so, oder dass man, äh... Darius macht dann Wett hier. Genau, ich komm. Erstmal mach ich dir EZ. Oder nicht. Jetzt in EZ? Da kommt noch jemand. Ja, und? Guck mal, wie do der EZ ist. Ja, blöde Hure. Minions, lass mich doch in Ruhe. Pants, lass mich auch in Ruhe. Warum mach ich einen bösen Damage, ey? Aber es ist echt schade, dass man den hält, aber... Na ja, gut. Ich bereue es jetzt nicht, aber... Eigentlich komisch, dass man den Twitch eigentlich nie sieht, ne? Ja, der ist einfach nicht so simpisch zu spielen. Also, wenn ich den in einem A-Raum bekomme, versage ich auch total mit dem. Ah, die Gegner haben aufgegeben. Ja, gut. Yay, wir haben's drauf. Wir hoffen, euch hat's gefallen und, äh... Ja, sagen bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.